Eine Wunde verursacht immer Schmerzen, das ist einfach so. Der Körper hilft sich selbst und lässt die Verletzungen wieder abheilen. Und mit Medizin geht's meistens noch schneller. Wirklich gefährlich sind nur Verletzungen des Herzens. Das sind Wunden, die nur langsam heilen und manchmal gar nicht. Wie meinst du das? Eine Verletzung am Körper ist anders als eine am Herzen. Für das Herz gibt es keine Salbe, so wie für eine Wunde am Körper. Und darum heilt es manchmal ein Leben lang nicht. Irgendwo